Wie geht man mehr oder weniger garantiert mit einer Million Euro in Rente? Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ich bin der Julian. Bei mir im Kanal geht es immer darum, über Kryptowährungen, Blockchain, auch DeFi, Dezentralisierung und so weiter zu sprechen. Aber wir sprechen auch oft über Business und Mindset. Und heute ein längeres Video, das sage ich dir gleich, und es wird extrem detailliert. Wir gehen hier wirklich in einen Schreibblock rein, wir gehen in den Screenshot rein, wir arbeiten das mathematisch durch. Denn ich weiß, es gibt viele Videos da draußen von, hey, fertig, schnell, Millionär, und das sind meistens alles irgendwelche Scam-Videos, irgendwelche Phishing-Videos. Hier geht es wirklich darum, dir eine Strategie in die Hand zu geben, dass egal wie alt du bist, dass du das umsetzen kannst. Und natürlich, jemand, der vielleicht 20 ist, wird vielleicht ein bisschen eine andere Strategie haben, als jemand, der zum Beispiel 40 oder 50 ist. Das ist, glaube ich, ganz klar. Die Sachen, die ich dir heute mitgib, das sind Sachen, die mir Mentoren mir gegeben haben, die man, glaube ich, draußen teilweise so mitbekommt, teilweise überhaupt nicht so mitbekommt. Und ich glaube, dass das etwas ist, das extrem essentiell ist und extrem wichtig ist zum Verstehen. Gehen wir mal direkt einfach rein, schauen wir uns mal das am Tablet an und überlegen wir uns einfach mal ein paar Gedanken durch. Wenn wir heute hergehen und sagen, unser Ziel ist die eine Million Euro, dann hängt das im Prinzip von ein paar Sachen ab. Ganz klar, wir haben ein Startkapital, von dem hängt es ab. Und ich gehe jetzt einfach mal her und sage, passt, Startkapital ist null, das heißt, wir lassen es einfach mal weg. Wenn du dann natürlich Startkapital hast, hilft es. Wir sagen einfach mal, du startest von null, weil ich gebe dir danach auch ganz zum Schluss mein eigenes Beispiel, wie ich damals von 22 mit minus 10.000 Euro im Konto in acht Jahren zum Millionär geworden bin. Und ich gebe dir genau dieselbe Strategie mit, genau dieselben Tipps mit. Und natürlich, einiges ist ein bisschen Glück, andere Sachen kannst du vielleicht nicht direkt auch beeinflussen, aber viele Sachen kannst du beeinflussen. Dann hat natürlich ganz viel damit zu tun, was deine monatliche Sparrate ist. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Und dann ist natürlich wichtig, wie viel Zeit du hast. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Umso mehr Zeit du hast, umso leichter tust du dir, umso höher die Sparrate ist, umso leichter tust du dir. Und das letzte ist, der durchschnittliche Prozentsatz, den du schaffst zu erreichen, um im Prinzip von diesem Kapital zum Ziel von einer Million Euro zu kommen. Und jetzt tun wir nichts anderes, als wie, und ich gehe jetzt in den Screenshot rein, als wie, dass wir uns das mal ein bisschen durchrechnen. Ich habe hier einen Zinsrechner, das ist dieses zinsen-berechnen.de-sparrechnen. Ich verlinke dir das unter dem Video und dann kannst du mit dem auch selber ein bisschen rumspielen. Und der ist eigentlich relativ einfach. Du hast genau diese Punkte, wir haben hier das Anfangskapital, wir haben hier eine Sparrate, wir haben das Sparintervall, das lassen wir jetzt auf monatlich. Einzahlung ist vorschüssig, also nicht irgendwie am Ende, sondern immer schon davor. Der durchschnittliche Jahreszinssatz, die Zinsperiode, die ist in den meisten Fällen vierteljährlich, das würde ich so lassen. Zins ist Zins, ja, das brauchen wir natürlich, wir haben die Ansparzeit. Danach, wie lange wird danach weitergespart, also wie lange sparst du an, wie lange sparst du weiter und wohin willst du kommen. Was wir jetzt nicht machen, ist, wir machen keinen Steuersatz, das heißt, weil das ist komplett individuell und das hängt von vielen Menschen da ab, wo du wohnst und so weiter und so fort, das lassen wir jetzt einfach mal auf null oder lassen uns komplett weg und das Anfangsmonat interessiert uns jetzt auch mal nicht. Und jetzt sagen wir mal, okay, passt, wir wollen auf eine Million Euro und wir wollen wissen, wie viel müssen wir denn pro Monat einzahlen bei einer Durchschnittsrate von 8%. Du kannst ein bisschen rauf, kannst ein bisschen runtergehen, aber ich finde zwischen 7 und 8%, das ist realistisch, das wirst du noch sehen, von was wir da sprechen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Zeit hast du für das Ganze? Und wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, du sagst 30 Jahre, vielleicht bist du jetzt gerade 30 und sagst, mit 60 will ich auf jeden Fall mit einer Million Euro in Pension gehen, dann würde das in dem Fall bedeuten, dass du ungefähr 600, ich rechne es nochmal neu aus, 600, also lass es 700 Euro jedes Monat einzahlen musst. Wie genau und was genau, das schauen wir uns noch im Detail ein bisschen an. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, okay, passt, na, ich will aber eigentlich schon in 20 Jahren mit einer Million Euro in Rente gehen, dann brauchst du natürlich deutlich mehr, brauchst du nämlich 1700 Euro, die du jedes Monat wegsparst. Und wenn du ganz krass bist und sagst, du passt, 10 Jahre, dann geht es natürlich deutlich heftiger rauf, bist du schon bei 5.500 Euro, die du irgendwie im Monat wegtun musst. Und jetzt ein paar ganz wichtige Sachen. Umso kürzer du das Ganze machst, du siehst es ja hier, umso mehr musst du einzahlen und umso weniger ist der relative Zins dazu. Und dadurch entsteht ja schon mal die unterschiedliche Einzahlung. Wenn du sagst, 20 Jahre zahlst du ein, dann merkst du gleich, die Zinsen gehen dramatisch noch um, obwohl du weniger einbezahlst. Und dadurch entsteht ja schon mal dieses Verhältnis, weil einfach das Geld mehr Zeit hat zum ganzen Arbeiten. Und das ist ja etwas, das ist ja mal ganz, ganz, ganz wichtig in dem ganzen Verständnis. Also was du als erstes machen solltest, ist, solltest du irgendwie hergehen, kannst du auch zum Beispiel mal sagen, okay, passt, wie lange muss ich denn ansparen, weil das kann ja zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, ich weiß zwar, sagen wir mal, den Durchschnittszinssatz, ich weiß, wohin ich will, ich weiß aber zum Beispiel, ich kann im Monat 500 Euro einzahlen. Okay, und wie lange muss ich denn jetzt im Schnitt ungefähr ansparen für das Ganze? Dann sind es ungefähr 33 Jahre. Was, ganz ehrlich, wenn du jetzt das Video natürlich anschaust und bist 20, hey, ganz ehrlich, könntest du mit 53 Millionär sein. Und das sind ja ein paar Sachen, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt natürlich genau das Gegenteil sagst, okay, ich will jetzt unbedingt in 10 Jahre Millionär sein, dann gibst du hier 10 ein und dann kriegst du hier natürlich deine Sparrate raus. Etwas, was ich sehr, sehr gefährlich sehe, ist, wenn du jetzt hierher gehst und den durchschnittlichen Zinssatz nach oben hebst. Und das wirst du sehen, was bei mir passiert ist. Und das ist etwas, das musst du den Umständen machen lassen. Das darfst du aber nicht als von Anfang an schon hergehen und sagen, weißt du was, ich rechne hier mit 50% Zinssatz, weil ich investiere nur in Kryptowährungen oder nur in hochriskant spekulative Sachen, weil das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn du solche Sachen machst. Also wenn du natürlich schaffst, du schaffst 50% im Jahr, dann musst du nur 350 Euro im Monat einbezahlen. Das Problem ist nur, dass in den wenigsten Fällen das nachhaltig ist, sondern ganz im Gegenteil, dass du das über 10 Jahre aufrechterhältst, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und das ist einfach sehr gefährlich, dass du dann auf das voll halt ziehst und voll drauf zählst. Und das will ich einfach nur mal hier auch ein bisschen dazusehen. Du siehst dann gleich, du zahlst eigentlich relativ wenig ein und da kriegst du halt den Großteil über die Zinsen raus. Nur das große Problem ist, es kann natürlich bei solchen Zinssätzen auch leicht sein, dass du mal minus 100% machst und dann verlierst du alles. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. So, jetzt rechnen wir mal, sagen wir mal ein einigermaßen realistisches Beispiel. Sagen wir mal 8 Jahre, sagen wir mal 30 Jahre Ansparzeit. Und wie hoch ist unsere Sparrate? 700 Euro. Machen wir vielleicht mal ein anderes Beispiel. Gehen wir mal her und sagen, pass, geben wir mal 1000 Euro ein, dann ist es leichter zum Rechnen. Und sagen, du schaffst es 1000 Euro im Monat wegzulegen. Wie lang brauchst du jetzt, bis du Millionär bist? Und dann sind es ungefähr im Schnitt 26 Jahre. Gut, und jetzt rechnen wir uns das mal durch und überlegen uns, was müsste man jetzt in diesen 26 Jahren machen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal hier in dem ganzen Rechenbeispiel an. Das heißt, wir haben hier unsere 1000 Euro. Und das entspricht 100%. Und das ist jetzt wichtig, das ist unser persönliches Einkommen. Einkommen nach Steuern. Das ist natürlich wichtig, das wir weglegen können. Also das kommt aus dem persönlichen Einkommen. Das musst du dir jetzt folgendermaßen vorstellen. Und das ist jetzt schon mal das ganz, ganz, ganz Wichtigste. Du hast hier deinen Topf und in diesen Topf kommt dein Einkommen rein. Einkommen. Und jetzt kommen ein paar Sachen raus, die musst du rausgeben. Das sind einerseits natürlich Steuern. Und das sind natürlich Sachen wie Abgaben, Pflichtabgaben. Vielleicht Versicherungen. Aber Sachen, die wirklich, also da kommst du gar nicht drum rum. Gefährlich ist, dass du jetzt sofort schon irgendwie Miete wegziehst oder irgendwelche Essen und so weiter. Das würde ich wahrscheinlich persönlich nicht machen. Ich würde wahrscheinlich eher hergehen und sagen, keine Ahnung, angenommen, du verdienst hier, und jetzt nehme ich wieder einfach mal ein simples Beispiel, sagen wir mal, du verdienst 2000 Euro netto. Und das ist jetzt wirklich netto. Das ist ein bisschen höher als vielleicht das Durchschnittseinkommen jetzt in Deutschland. Aber sagen wir mal, das ist schon netto. Das heißt, du wirst wahrscheinlich 4000 brutto verdienen. Dann sind deine Steuern weg, die Abgaben weg, Versicherungen sind zum Beispiel alles schon weg. 2000 Euro netto bleibt dir. Und jetzt muss das Ziel sein, dass du eben 1000 Euro hier reinbekommst. Das heißt, du musst mit 1000 Euro auskommen. Das heißt, Wohnung, Auto und so weiter. Jetzt ist natürlich schon mal ein ganz wichtiger Faktor, den werden wir auch noch sprechen. Naja, das Ganze ist viel einfacher, wenn du schaffst, dass du hier zum Beispiel dieses persönliche Einkommen nach oben schraubst. Das ist ja ein Video, das habe ich ja in öfteren, mehr schönen Videos besprochen. Sehr, sehr, sehr zielführend wäre eben, dass du sechsstellig im Jahr verdienst. Sechsstellig pro Jahr, also über 100.000 Euro im Jahr. Warum? Naja, dann sind es knapp, oder lass es 120.000 sein, damit wir einfach rechnen können. 120.000 im Jahr, knapp 10.000 im Monat. Und dann tust du natürlich schon bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen viel, viel leichter. Da habe ich ein separates Video dazu gemacht. Schau das einfach mal durch und rechne dir das auch einfach mal ein bisschen durch. Aber jetzt mal die Frage, jetzt gehen da diese 1000 Euro rein. Was machst du jetzt mit diesen 1000 Euro? Und das kommt dir jedes Monat daher und das musst du jetzt irgendwie aufteilen. Und ich gebe dir jetzt einfach ein paar Tipps, wie ich das Ganze aufteile. Du musst das nicht so machen und auf keinen Fall soll das irgendwie Anlageberatung sein. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Beschreibung, wie ich das mache, wie ich das gelernt habe und was bei mir eigentlich so jedes Monat. Und das ist ganz wichtig, vollautomatisch passiert. Das ist der ganz wichtige Knackpunkt. Vollautomatisch. Das heißt, ich brauche da nichts zu tun. Ich brauche kein Knöpfchen drücken. Das passiert alles von alleine. Und das schauen wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen an. Als allererstes, wenn du jetzt hergehst und sagst 1000 Euro, dann würde ich wahrscheinlich als allererstes Aktien. Ich würde 15% machen. Das heißt, 150 Euro gehen automatisch in Aktien rein. Da gehen wir noch ein bisschen ins Teil rein. Das zweite, was ich hier machen würde, sind Anleihen. Und da würde ich wahrscheinlich ebenfalls 15% reingeben. Und als nächstes würde ich wahrscheinlich Rohstoffe machen. Und da würde ich genauso, da würde ich ein bisschen weniger rein tun, 17,5%. Und dann haben wir Edelmetalle. Das würde ich wahrscheinlich physisch machen. 17,5% physisch. Du kannst das sonst alternativ auch noch über die gleiche Art und Weise machen, wie wir das hier machen. Beschreibe ich dir gleich. Und das Letzte, was hier dazu kommt, ist Immobilien. Das kannst du, da würde ich Immobilien, da würde ich wahrscheinlich ebenfalls 15% rein machen. Und jetzt wichtig, entweder physisch oder als sogenannter REIT, Real Estate Investment Trust. Und das ist jetzt schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist jetzt ein richtig wichtiger Tipp, den ich dir hergebe. Das Ganze hier würde ich alternativ über ETFs machen. Aktien über ETFs, Anleihen über ETFs, Rohstoffe über ETFs, Edelmetalle, entweder physisch oder als ETF. Immobilien physisch oder über REIT als ETF. Und da stellst du dir die Fragen, okay, welche ETFs soll ich da kaufen, wie soll ich das Ganze machen, Anleihen, Rohstoffe, wie kann ich das Ganze aufsetzen. Ich kann dir einen riesengroßen Tipp geben. Und das meine ich von ganzem Herzen. Du gehst bei uns auf die Seite, i-anlimit.de-produkte, ich verlinke das unten rein. Dann bist du hier, dann scrollst du hier runter und dann holst du dir diesen ETF-Sparplan. Dort findest du alles. Du findest, auf was du achten musst. Du hast deine monatliche Sparrate, das komplette, wie du das Ganze automatisierst, welchen Broker du verwendest, welche Strategie du hast. Das ist genau das, was ich mache. Ich mache das zusammen dort mit Sebastian. Das Ganze kannst du komplett kostenlos testen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass du einfach siehst, welchen Mehrwert das ist. Da kannst du draufklicken, holst das Ganze, testest du das kostenlos und setzt das für dich auf. Und glaubt mir, Leute, das ist unglaublich wichtig. Weil wenn du das richtig machst, dann geht hier, brauchst du dir mal ausrechnen, 300 Euro, 450 Euro, fast 600 Euro im Monat würde da jetzt reingehen. Und das solltest du besser richtig als nicht richtig machen. Und aus dem Grund, hol dir da diesen ETF-Sparplan. Ich verlinke dir das alles unten rein. Da kriegst du unglaublich viel Mehrwert. Du kannst das Ganze kostenlos testen, aufsetzen, machen und hoffentlich dann schöne, attraktive Renditen bekommen. Für mich war genau dieser Bereich der Hauptbereich, wie ich eigentlich von 22 auf 28 bis 30 dann rauf bin und meine Millionen voll gehabt habe. Das wird jetzt alles aus diesem Bereich kommen. Das ist im Prinzip genau dieser Plan, den ich dir hier mitgebe. Gut. Als nächstes kommen wir im Gesamten 10 Sachen, wo ich das reingeben würde. Das nächste ist Peer-to-Peer. Lending ist das. Und hier würde ich wahrscheinlich 10% reingeben. Und Achtung, das ist jetzt der Bonus. Den findest du im ETF-Sparplan als Bonus. Erkläre ich dir genau, wie ich das mache, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da kriegst du einfach auf dein Geld knapp 10% im Jahr. Und das lohnt sich hier auf jeden Fall, wenn du das Ganze dann als Zinsesdienst anlegst. Das ist wirklich attraktiv. Wie gesagt, das ist etwas, das ist sehr, sehr, sehr wichtig in dem ganzen Prinzip. Das siebte ist dann Krypto. Da kann ich dir natürlich auch einiges empfehlen. 10% würde ich da reingeben. Du kannst wieder bei uns auf die Seite gehen. www.de-produkte Und wenn du dann da drauf bist, scrollst du weiter runter. Und dann holst du dir hier zum Beispiel die CryptoField Akademie. Holst dir einmal, da siehst du alles. Die ganzen Details, wie ich das Ganze mache, welche Exchanges ich nutze, welche Coins ich kaufe. Wie du dein Account Schritt für Schritt aufsetzt. Welche Werkzeuge und Hilfsmittel, Do's und Don'ts. Fakten, damit du da irgendwie nicht reinfällst. Und ich habe noch ein paar Insider-Infos zu dem Ganzen, die du nur dort drinnen findest. Und dann bist du hier komplett ausgerüstet. Das heißt, du hast hier im Prinzip alle Sachen komplett abgedeckt. Und das kann ich dir wirklich von ganzem Herzen hier empfehlen. Schritt Nummer 8 sind dann Sammlerstücke. Sammlerstücke würde ich, wenn überhaupt, würde ich irgendwie 5% reingeben. Das ist etwas, das nütze ich selber nicht wirklich. Ich tue mir da ganz, ganz, ganz schwer, weil ich mich einfach schlecht auskenne. Ich würde das wirklich nur dann machen, wenn du dich sehr, sehr gut auskennst. Mit Wein, mit Autos, mit Kunst, mit irgendwelchen Karten, also Sammlerkarten, Briefmarken und so weiter. Da würde ich ganz, ganz, ganz aufpassen. Das ist echt nur, wenn du dich richtig gut mit sowas auskennst. Dann hast du neunten, das sind für mich Spielereien. Das heißt, es sind hochriskante Sachen, wo du wahrscheinlich alles verlierst, aber wo vielleicht auch irgendwie mal was drinnen ist. Beispiele sehen wir, wenn du halt irgendwie vielleicht so komplette alternative Investments mal findest. Wo du einfach mal sagst, hey 5% gebe ich da rein, wahrscheinlich ist das weg. Oder einfach kaufe ich mal irgendwo Optionen oder ich trade irgendwie mal was. Das sind einfach, das fällt dort irgendwie mal rein. Und das letzte ist Cash. Und Cash ist natürlich auch wichtig, dort würde ich 10% reingeben. Und ich persönlich teile das Ganze auf in US-Dollar, in Euro, in Schweizer Franken und in Singapurdollar. Wobei den Singapurdollar, den gebe ich jetzt bitte unter Anführungszeichen. Das würde ich nur machen, wenn du in Singapur lebst, so wie ich in Singapur lebe. Und aus dem Grund habe ich natürlich den Singapurdollar. Eine Sache würde ich hier auch vielleicht achten. Ich schaue immer, dass ich Minimum 6 Monatsausgaben habe. Und wenn du natürlich mehr hast, ist es gut. Das wäre für mich das Minimum, was ich da irgendwie so schaue, dass ich irgendwie 6 Monatsausgaben da in dem habe. Und wenn du dann bei 6 Monatsausgaben bist, dann kannst du sagen, okay, weißt du was, ich investiere jetzt nicht weiter in das Cash hinein. Brauche ich nicht, dafür kriege ich zu wenig Zinsen. Aber Cash kann immer sehr, sehr interessant sein, weil Cash ist King. Und das ist, glaube ich, super relevant hier. Eine Sache, die ich ganz oft als Frage bekomme, okay, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Schulden habe, wie viel soll ich jetzt hier zum Beispiel reingeben? Das ist ja im Prinzip das Invest. Und wie viel soll ich denn für meine Schulden abbezahlen? Wenn du Schulden hast, ganz einfach, würde ich wahrscheinlich 50%, also 50-50 machen, 50% Schulden abbezahlen, 50% hier rein investieren. Das ist wichtig. Natürlich Schulden, das was Konsumschulden sind. Nicht die guten Schulden, also Investmentschulden, wo du dir Geld für ein Cash-flowing-Investment ausleihst. Das brauchst du hier nicht. Aber die schlechten Schulden hier abbezahlen. So, und jetzt aber etwas, das ist wirklich wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, das die meisten Menschen komplett unterschätzen. Und das ist, dass du eigentlich nicht nur hier jetzt rein finanzielle Investments tätigen solltest, sondern, das ist eines der wichtigsten Dinge, du solltest eigentlich ganz viel in dich investieren. Und das ist jetzt, kann ich dir wirklich von ganzem Herzen aus empfehlen, weil du nur so an diesem Teil hier arbeitest, dass du hier das Einkommen erhöhst. Und das ist ja am Ende des Tages, was du wirklich willst, weil du tust dir einfach leichter, wenn du nicht nur 1.000 Euro hier reingibst, nur, und Anführungszeichen, vielleicht gibst du 5.000 Euro im Monat rein, 3.000 Euro im Monat rein. Du tust dir einfach viel leichter. Entweder kriegst du viel mehr als eine Million raus, weil du länger ansparst, oder du bist einfach deutlich schneller. Und jetzt, wie kommt man dorthin? Naja, du musst in dich investieren. Ich würde hier 5 bis 10 Prozent, also das sollte, dieser Flow hier raus, sollte Minimum 10 Prozent von dem sein, was hier reinkommt. Minimum 10 Prozent. Das heißt, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du verdienst brutto 4.000 Euro, dann sollten das Minimum 400 Euro sein. Also, dass du hier 1.000 Euro rausnimmst, das wäre natürlich super. Also, bei 10.000 Euro Einkommen solltest du auf jeden Fall 1.000 Euro rausnehmen. Wichtig ist sogar noch mehr. Und das ist immer, ich rechne immer von brutto aus. Also, das ist immer von brutto ausgerechnet. Ah, sorry, immer von netto ausgerechnet, mein Fehler. Immer von netto ausgerechnet. Das heißt, nicht von Steuern und so weiter, sondern immer von netto ausgerechnet. Jetzt, ich würde von dem Nettoeinkommen 5 bis 10 Prozent in Persönlichkeitsentwicklung reinkommen. Persönlichkeitsentwicklung. Und das meine ich mit ganzem Herzen. Das ist etwas, das ist so wichtig. Und ich kann dir das Programm geben, das ich dir am allermeisten hier ans Herz lege. Und das ist das sogenannte Antikomfortzonenprogramm. Dort geht es wirklich darum, über ganz, ganz, ganz viele Fähigkeiten. Ich spreche dir über 10, die dir einfach unglaublich helfen, für dich selbst stärker zu werden, Einkommen zu generieren, dein Business aufzubauen, deine Finanzen unter Kontrolle zu bringen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Emotionen, einer der wichtigsten Faktoren. Produktivität, das ist glaube ich ganz wichtig. Das Netzwerken, Beziehungen, Business. Wenn du irgendwie rauf willst auf ein höheres Einkommen, das sind die Sachen, die du dort drin alle lernst. Und das kann ich dir grundsätzlich für das Ganze hier empfehlen. Hier 5 bis 10 Prozent wirklich ausgeben. Bücher, Seminare, ganz, ganz, ganz essentiell. Dann haben wir 5 bis 10 Prozent, die wir in die Gesundheit investieren. Ohne Gesundheit bist du nichts. Gesundheit ist das absolut Wichtigste. Dann würde ich 5 bis 10 Prozent in Erlebnisse investieren. Also Reisen, Urlaube und so weiter. Gesundheit, Fitnesscenter, irgendwelche Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Tests. Irgendwas, was wichtig für dich, für deine Gesundheit ist. 5 bis 10 Erfahrungen, dann haben wir 5 bis 10 Prozent, das ins Networking reingeht. Beziehungsweise Beziehungen. Also du und deine Frau irgendwie mal, keine Ahnung, sonst irgendwo, dass du zu einem Event gehst, zu einem Networking-Ding gehst, das muss dort hier rein. Und du musst hier investieren. Das ist so essentiell. Die wenigsten Leute machen das. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Dann hast du 5 bis 10 Prozent, das irgendwie in Spaß reingeht. Das heißt, das ist Geld, das du einfach verbläst, für was du auch immer willst. Und dann 5 bis 10 Prozent in Spenden. Das ist ganz wichtig. Du darfst ja nie in dieser Rarität und mit drin leben, dass du Angst hast, hey krass, mir geht es nicht gut, ich habe zu wenig. Das heißt, wenn du jetzt hierher gehst, dann sollten das, wenn du das alles zusammenzählst, sollten das ungefähr Minimum ein Viertel sein. Also das ist eigentlich so das Minimum, was du hier irgendwie reingebst in dich selbst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du dann hier nochmal irgendwie deine 10 Prozent von dem Investment irgendwie dazu tust, dann wirst du zwischen 25 bis 40 Prozent sein. Die, was du von netto in dich, in Finanzen investierst. Und du musst halt irgendwie mit schauen, dass du zwischen 50 und 70 Prozent hast, mit dem du halt lebst. Und das muss sich irgendwie ausgehen. Und das ist natürlich der Knackpunkt, dass es sich leider eben oft nicht ausgeht. Und genau aus diesem Grund. Schau dir das an. Schau dir das an die Komfortzonenprogramm an. Schau dir den ETF-Sparplan an. Hol dir Sachen, wie eben zum Beispiel die CryptoFeed Akademie. Das sind Sachen, die dir einfach unglaublich helfen. Und Krypto kann natürlich deinen Prozentsatz an Return extrem nach oben drücken, wenn du das schlau machst. Und das kann dir natürlich extrem helfen. Und das sind halt Sachen, die ich dir hier auf jeden Fall empfehlen würde. Du musst das Ganze so gut es geht automatisieren. Automatisieren funktioniert. Du hast hier dein Bankkonto. Dort kriegst du das Ganze schon mal netto rein. Und dann hast du irgendwie entweder separate Konten. Das heißt, wo das automatisch überwiesen wird. Ich kann dir empfehlen, dass du das dann automatisch überweist. Im ETF-Sparplan zum Beispiel zeige ich dir das, wie du das automatisch auf deinen Broker bekommst. Automatisch auf deine Peer-to-Peer-Plattform. Automatisch zum Beispiel für Krypto überweist. Und so weiter. Dass du dann automatisch zum Beispiel in eine Excel-Liste dir einträgst. Okay, so viel Geld habe ich für meine Gesundheit. So viel Geld habe ich für dies. Das muss einfach vollautomatisch da sein. Das ist so etwas Wichtiges. Du kannst unterschiedliche Sparkonten einrichten. Und dann, wenn das Ganze vollautomatisch ist, dann kriegst du deine 2.000 Euro zum Beispiel rein. Dann geht zum Beispiel 40 Prozent. In dem Fall 800 Euro. Gehen für den ganzen Rest hier raus. Das ist weg. Und dann hast du gleich nur mit 1.200 Euro übrig. Und dann zahlst du deine Miete und dann zahlst du Handy und dann zahlst du Auto und was weiß ich was und Essen. Und dann muss sich das irgendwie ausgehen. Und der wichtige Punkt ist, du musst das hier als allererstes rausnehmen, weil sonst bleibt am Ende nichts übrig. Und das ist glaube ich etwas, das ist ganz, 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 ganz wichtig in dieser Rechnung, in diesem ganzen Rechenmodell. Jetzt natürlich noch eine Sache. Und zwar, das ist, wenn du natürlich ein eigenes Business hast. Wenn du ein eigenes Business hast, dann brauchst du erstens mal separate Konten. Das heißt, das ist wichtig. Und dann musst du es irgendwie schaffen, dass du dir jedes Monat ein Gehalt bezahlst. Das muss ein Ziel sein, dass du zu diesem Gehalt kommst. Das ist eines der wichtigsten Dinge als Unternehmer, dass du für dich ein monatliches Gehalt auf dein Privatkonto bekommst. Und das kann am Anfang weniger sein, das kann am Anfang, könnte es auch nur 500 Euro zum Beispiel sein, weil es sich einfach nicht mehr ausgeht. Aber das musst du schaffen, dass du ein Gehalt bekommst. Und das sollte halt irgendwann, sollte das natürlich darauf gehen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Bei mir auf der Webseite findest du ja ein Produkt, das nennt sich Zero to MBB. Dafür musst du aber applyen, das ist nur bei Einladung. Und dort hast du natürlich dann die Möglichkeit, dass das immer besser und besser hier wird. Das kann ich dir mal empfehlen zum Anschauen. Vielleicht, dass ich dir eine Sache noch zum Schluss kurz erzähle. Und das ist, wie das bei mir damals war. Ich bin damals gestartet, ich zeige das jetzt nochmal im Screenshare. Ich bin damals gestartet, ich hatte jetzt minus 10.000, aber lassen wir jetzt einfach mal 0. Und mein Ziel war, dass ich auf eine Million komme. Und der Punkt war, ich wollte eigentlich, mein Ziel war immer, dass ich das mit 30 schaffe. Ich war damals schon 22 und es war für mich klar, wenn ich jetzt 8 Jahre Zeit habe und ich berechne hier die Sparrate, weil ich hier 8 Jahre Zeit habe, dann wirst du gleich merken, haben wir eine unglaublich hohe Sparrate, nämlich von 7.500 Euro. Und das war mir natürlich auch zu viel. So, jetzt einfach ein paar Punkte. Wie habe ich das denn aber doch geschafft? Und ein paar Sachen kannst du selber beeinflussen. Das allererste ist, mein Mentor hat mir damals erklärt, Julian, du bist Kitesurfer. Das ist zwar alles gut und als Kitesur habe ich damals knapp 5.000 Euro netto im Monat verdient, was gut war, aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich. Aber der Punkt war, ich habe dann damals eine Entscheidung getroffen, dass ich hergehen muss und ich muss mich mit Provisionen an den Umsätzen beteiligen. Und das war natürlich eine riesengroße Veränderung damals. Daraufhin nicht vergessen, das ist über 10 Jahre her. Damals war das noch nicht so, wie das heute irgendwie ist bei vielen, vielen Sportlern. Und diese Beteiligung, die war am Anfang, hat jeder gemeint, ich spinne. Und am Ende hat sich das so gelohnt, weil ich dann eben nicht mehr nur 5.000 Euro im Monat verdient habe, sondern teilweise zwischen 10.000 und 15.000 Euro im Monat. Natürlich musste ich komplett arbeiten und ich war viel mehr Verkäufer als irgendwie nur mehr Teamwriter. Aber am Ende des Tages war genau das, was hier am meisten geholfen hat. Und das war etwas ganz Wichtiges. Das heißt, ich habe an mir selber gearbeitet, am Mindset gearbeitet. Ich habe an meinen Verkaufsskills gearbeitet. Ich bin hier immer besser und besser geworden. Natürlich das Produkt, ich habe am Produkt genauso gearbeitet. Ich habe mich ja mit den Kites und so weiter voll beschäftigt. Und habe natürlich mein Einkommen schon mal erhöht. Und jetzt habe ich natürlich schon mal deutlich mehr hier einzahlen können. Das ist etwas, das ist ganz wichtig. Wenn du zwischen 10.000 und 15.000 verdienst und du gehst das Ganze hier ordentlich durch und du hast nicht zu viele Ausgaben, weil du zum Beispiel die Reisekosten ersetzt bekommst, dann tust du dir, und das war bei mir zum Beispiel damals so ein bisschen auch das Ziel, dass ich knapp 5.000 Euro irgendwie auf die Seite legen kann. Und ich zeige dir das jetzt mal. Ich habe dann damals 5.000 Euro im Monat auf die Seite legen können. Und das würde jetzt natürlich, wenn man jetzt hergeht und sagt, passt, ich lege 5.000 Euro auf die Seite in acht Jahren, kommt man natürlich noch nicht auf die Millionen. Man kommt zwar schon deutlich näher hin, aber man kommt noch nicht drauf. Aber jetzt ist etwas passiert und das kannst du dir natürlich auch anschauen. Was mir zum Verhängnis geworden ist damals, war 2008. Das heißt, ich habe unglaublich viel Geld 2008 verloren. Genau, wo einfach der Rücksetzer in der Wirtschaftskrise war. Aber jeder, der weiß, danach ist der Aktienmarkt, der Immobilienmarkt und genau diese Sachen habe ich ja rein investiert mit dem Sparplan, auch in Immobilien, unglaublich nach oben. Und in meinem Fall, und das war dann ein reiner Durchschnittswert, über diese acht Jahre waren es knapp 25%, was ich hier in Rendite gemacht habe. Und das war jetzt der Zufall. Das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was ich irgendwie steuern habe können. Das war jetzt einfach für mich Zufall. Und das war so ein Schnitt. Und so bin ich dann einfach in sieben, acht Jahren auf über eine Million gekommen. Das kann ich aber nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen habe können, war, dass ich mein Investment gestreut habe, dass ich schlau an das Ganze herangegangen bin, dass ich Leute, und das ist jetzt ganz wichtig, Leute um mich herumgegeben habe, die mich unterstützt haben, mit Wissen genau in diesen Sachen mir zu helfen. Einerseits, mich selber zu investieren, finanziell zu investieren, zu streuen. Das ist ganz wichtig. Und das ist absolut durchstrukturierbar. Das kann man umsetzen, das kann man nachkopieren, das kann man nachmachen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich der Faktor, den ich nicht beeinflussen habe können, die Rendite hat in diesem Fall für mich gespielt. Und so bin ich dann in knapp acht Jahren, also es waren nicht ganz 25 Prozent, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich muss mal nachschauen, also ich muss mal wirklich durchrechnen, vielleicht waren es zwischen 20 und 25. Geben wir mal 20 ein. Ist jedenfalls im Schnitt, ich habe es mir mal einigermaßen über den Daumen geballt, durchgerechnet, ist es dann nach oben. Natürlich, was ich hier jetzt noch vergessen habe, ich glaube, es waren schon 25 Prozent, ist der Steuersatz. Ich habe natürlich Steuern auf Kapitalertragssteuer und so weiter bezahlt und das ist natürlich hier immer ein bisschen weggefallen. Und so ist am Ende des Tages, bin ich dann bei knapp einer Million gestanden. Und das natürlich, mega geile Erfolgsgefühl, aber natürlich auch sehr, sehr durchstrukturierbar umsetzbar. Und das ist noch ein Tipp zum Schluss. Sagt der 1, Leute um dich herum, das ist eines der wichtigsten Dinge, falls du richtig gute Leute um dich haben willst, im Business, Gesundheit, im Finanzbereich und so weiter. Dann kann ich dir unsere ILG-Gruppe empfehlen, da musst du dich aber bewerben, da nehmen wir nicht jeden, sondern das ist wirklich etwas ganz Bestimmtes, das ist die eine mit der Alliance Group, da kannst du dich bewerben, hier bei uns auf der Seite, da kannst du draufklicken, dir das mal anschauen und wenn du glaubst, das ist das Zeug dafür und du willst richtig gute Leute um dich herum haben, dann kannst du dich da bewerben und dann bist du bei uns im Bewerbungsgespräch und dann siehst du ja, ob du bei uns reinkommst oder nicht. Mit dem, ich hoffe, das gibt dir eine Mehrwert, das zeigt dir so ein bisschen, wie du an das Ganze strukturiert rangehst. Indem einfach hergehst und sagst, passt, Einkommen rein, automatisieren, aufteilen in unterschiedlichen Investmentklassen. Du musst dort Zeit und Geld ein bisschen investieren, dass du dich damit auskennst, aufstreuen. Dann natürlich gewisse Sachen kannst du nicht beeinflussen. Rendite, teilweise nicht beeinflussbar, hat viel mit Umwelteinkünften, Einflüssen, nicht jetzt die Umwelt selbst, aber halt mit Sachen, die du nicht direkt beeinflussen kannst, zu tun. Und so kommst du aber dann am Ende des Tages hoffentlich vielleicht in einem schnelleren, langsameren Zeitraum auf diese Summe, wo du hin willst und die dir dann am Ende hoffentlich genau das gibt, dass du eben schön selber vorsorgst für deine Rente. Falls du Fragen hast, lass mich das gerne bitte unten in den Kommentaren wissen. Falls dir das Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen hoch und teilt es. Ansonsten freue ich mich natürlich auf ein Abo bei mir am Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ganz viele Grüße, dein Jula.